Im heutigen Beitrag möchte ich dir ein Unternehmen vorstellen, das Amazon ablösen könnte, als der Wachstumswert schlechthin, als das Unternehmen, welches man im 20. oder in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sollte. Und es wird dich überraschen, denn es ist sicherlich ein Unternehmen, das du höchstwahrscheinlich schon kennst. Eine Spur zurück, wie komme ich darauf, dass Amazon eigentlich abgelöst werden könnte? Der E-Commerce-Spezialist schlecht weg und das Unternehmen, das in Corona um 50% gewachsen ist, obwohl es bereits da schon zig Milliarden an Dollar an Umsatz gemacht hat, unglaublich. Und es liegt schlicht und ergreifend einfach an der Größe dieses Unternehmens. Und Jeff Bezos hat es selbst schon gesagt, er geht davon aus, dass dieses Unternehmen eines Tages auch nicht mehr da sein wird. Viele Experten gehen auch davon aus, dass es irgendwann zerschlagen wird oder sich selbst auflöst, aufteilt und dass Amazon als Shopping-Plattform sicherlich weiter besteht, aber womöglich als eigenständiges Unternehmen läuft und dann diese Cloud-Sparte eigenständig läuft und viele andere Dinge. Denn Amazon ist inzwischen auch in den stationären Handel gegangen, nicht nur im Buchbereich, also inzwischen hat er das quasi die Buchläden verdrängt und jetzt macht das eigene wieder auf, sondern ist jetzt auch im Grocery-Bereich tätig, also das sind also die Dinge des täglichen Lebens. Und da gibt es aber einen Platzhirschen in den USA, der vor vielen, vielen Jahrzehnten gegründet wurde und du dieses Unternehmen alle 15 Meilen von zu Hause erreichen kannst. So werben sie auch, also alle 15 Meilen gibt es einen davon, ich komme gleich dazu. Und das ist ein Unternehmen, das eher langweilig ist, weil es einfach immer und immer weiter wächst. Ja, das kannst du eigentlich gar nicht anders bezeichnen, natürlich unter großen Schwankungen, aber wenn du heute ein Unternehmen suchst, wo du wahrscheinlich größte Sicherheit hast, dass es in 10 oder 20 Jahren weit höher steht als heute, dann würde ich das nehmen und das ist nämlich das Unternehmen Walmart. Tatsächlich, ja, Walmart. Und Walmart schickt sich jetzt eben an, das neue Amazon zu werden oder zu sein. Denn hier, schaut mal, das ist also die neue Homepage, die wurde überarbeitet von walmart.com und du siehst also, es ist wirklich, es gleicht einem Online-Shopping-Modul. Ja, du siehst also hier diese verschiedenen Fenster, wo du einzelne Dinge machen kannst und geht also, hier spricht keiner mehr darüber, dass du, wo also der nächste Shop wäre, wo du vor Ort kaufen könntest, sondern vielmehr, die Dinge werden abgezeichnet, die du online alle kaufen kannst. Also wirklich, wirklich interessant. Und da finde ich, hat Amazon in den letzten Jahren ein Stück weit, ich weiß es nicht, irgendwie abgebaut. Das ist sicherlich interessant, weil du siehst jetzt, wo habe ich zuletzt danach gesucht. Amazon, das sind Burgerpressen und Büromöbel, okay. Okay, ja und Dinge, die ich selbst auch gekauft habe, okay, alles klar. Aber was ich, worauf ich dennoch hindeuten möchte, ist jetzt einfach mal der Chartverlauf. Weil das ist schon bemerkenswert. Das hier ist also die Walmart-Aktie. Das hier war das Corona-Tiefball im März 2020 bei 100 Dollar. Und seither konnte diese Aktie gar nicht so sehr viel gewinnen. Hier war ein großer Abverkauf auf wieder 119 Dollar und jetzt kommt sie wieder hoch. Ich sehe hier so etwas wie einen kleinen Korridor oder so einen Bereich, in dem sie sich ein bisschen gefangen hat. Und würde einfach mal behaupten, wenn sie es irgendwie schafft, mal nachhaltig über diese 150, 155 Dollar drüber hinaus zu kommen, dann werden auch neue Höhen angestrebt. Ich gehe jetzt allerdings kurzfristig davon aus, dass die Aktie überkauft ist und jetzt kurzfristig erst nochmal runter geht. Wie weit kann ich nicht sagen. Ich sehe aber keinen neuen Tiefs oder kurzfristigen Tiefs, sondern eher, dass hier diese Marken bei 110, 120 halten werden. Und gegebenenfalls kann man es da auch günstig wieder einkaufen. Amazon hingegen war anders. Amazon hatte also seinen Tief in Corona hier bei 69 und hat sich von da aus dann, also fast nochmal verdreifacht. Und das war auch richtig so, denn die Aktie oder das Unternehmen war wahrscheinlich der Corona-Profiteur schlechthin. Ja, also da gab es kaum jemanden, hat sich hier massiv gehalten dann auch im Jahr 2021 und ist dann aber abverkauft worden. Hatte einen Split natürlich auch, aber den möchte ich jetzt gar nicht benennen, sondern ist abverkauft worden von 180 auf 80. Also das hat sich mehr als halbiert. Und jetzt hat es, ja, von diesen 80 ist es wieder auf 100 Dollar hochgekommen. Ich denke, ich gehe davon aus, dass in the long run, und da können wir auch gerne mal die Regressionsgerade dazu bemühen, dass das Unternehmen genau wie Walmart sich weiterhin sehr, sehr gut entwickeln wird. Und man kann einfach auch sagen, dass Aktien tendenziell zu teuer sind oder auch tendenziell mal zu günstig. Amazon ist in the long run heute sicherlich ein Top-Pick, aber du brauchst einen großen Zeithorizont. Bei Walmart, Entschuldigung, hier, sehe ich es ein Stück weit anders, denn Walmart ist aus meiner Sicht wirklich, ja, gar nicht so sehr unter die Räder gekommen. Hier sehe ich jetzt erst mal kein vergrößertes, das war jetzt falsch, Entschuldigung, Potenzial anhand auch dieser Rückschau. Ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen nach oben gegangen. Und die Aktie ist jetzt heute weder günstig noch teuer. Aber wir müssen jetzt erst mal über diese 150, 155 Dollar drüber. Und da sehe ich jetzt im Moment keinen großen Spielraum. Ja, wir sind in einer Stagflation. Das heißt also, schwierige wirtschaftliche Voraussetzungen, die Preise steigen, Inflation, also die Einkaufspreise. Sicherlich kann man es da und wo auch weitergeben. Das ist der Job eines Warenunternehmens oder eines Handelsunternehmens. Aber Walmart holt auf. Also die E-Commerce-Zuwächse sind da enorm. Und das ist auch deswegen, weil sie halt eben alle 15 Meilen, so werben sie, oder du von zu Hause aus wirst du innerhalb von 15 Meilen immer einen Walmart ansteuern können. Das ist also die Aussage von Walmart. Und wenn du das jetzt eben kombinierst mit einem Geschäftskonzept, das auch online abtragbar ist, umso besser. Deswegen, ich sehe da großes Potenzial bei Walmart und glaube, dass diese Seitwärtsgeschiebe, die wir jetzt da das letzte eineinhalb Jahre hatten, womöglich dann auch bald vorbei sein könnte. Beides Unternehmen, die sehr, sehr gut sind, die man immer wieder auch zu teuer kaufen kann, aber auch mal günstig und vor dem Hintergrund, ja, erstmal wahrscheinlich auf der Seitenlinie bleiben und beide Unternehmen dann nochmal ein Stück weit günstiger einkaufen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Beitrag. Ciao. Ciao.